Kann ich jetzt mit dir reden? Ich glaube, das ist Fakt. Vielleicht können wir sie schminken. Okay. Das Telefon ist nicht mehr da. Das alles kennen wir schon. Also, das heißt, wir gehen nach oben hin. Der war eigentlich vor unserer Tür das letzte Mal. Das kennen wir auch schon. Das ist überall hier aber nah an rumliegen. Okay, der Penner ist nicht mehr da und es ist auch nichts Neues da. Hey, ein kleiner Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barclay. Barclay. Uban, okay, wir gehen nach oben. Können jetzt auf das Dach gehen? Ah, cool. Eine Tauben-Verstörung. Okay, okay, wir haben noch da Mais. Diese Tauben sehen hungrig aus und sie sehen mich so komisch an. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Warum, wir haben doch den jetzt gerade zu essen gegeben. Oder, hmm. Okay, müssen wir das irgendwie vergiften oder so? Das muss nicht geklebt werden. Ja, ich wollte das eigentlich irgendwie vergiften. Das ist einfach nur dumm. Hey, Hotdog? Okay, also es muss also irgendetwas Mais sein. Haben wir irgendwie etwas, das sie vergiften könnte? Das ist... Eher nicht. Probiere mal kurz. Eher nicht. Ja, damit will ich etwas machen. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vorm Spiel? Nein, will ich nicht. Eher nicht. Es gibt... Es gibt einen Grund. Eher nicht. Vertrocknete Ding. Machen wir die Tauben an. Okay, vertrocknete... Ey. Ah, das haben wir... Auch schon getestet. Die Fernbedienung. Eher nicht. Ey, dann mach ich doch alles dreckig. Ist doch irgendwie Sinn und Zweck von der Sache. Eher nicht. Okay, das heißt, wahrscheinlich müssen wir... Leiter, Flur... Wahrscheinlich müssen wir irgendwie das Getränk kriegen. Es muss einen besseren Weg nach unten. Okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwie das kriegen. Das Getränk. Und... Ähm... Werden dann weitergehen. Also, wir nehmen das und vergiften wahrscheinlich die Tauben. Okay, hier hat's noch nichts verändert. Das ist noch alles das gleiche geblieben. Badezimmer. War das auch schon so rot? Keine Ahnung. Warum können wir jetzt Feuertreppe raus? Okay. Ab und da haben ich Schwul das letzte Mal gehangen. Mrs. Groser scheint ja total fasziniert von meinem Abenteuer. Die blinzelt nicht mal. Die rührt auch nicht einmal. Ich traue mich nicht, sie anzufassen. Was, wenn sie nur ein Geist ist? Tag, Mrs. Groser. Genießen Sie die Aussicht? Super. Okay. Schönen Tag noch. Können wir der irgendwie etwas geben? Vielleicht können wir sie schminken. Ich bin nur kein Maskenbildner. Ich wollte jetzt da so schön ein Smiley draufmalen. Okay, haben wir irgendetwas? Ne, haben wir nichts. Doch, wir können die Scheibe vielleicht einschalten. Ich habe seit sieben Jahren niemandem mehr einen Hammer übergetragen. Okay, wir wissen, dass du clean bist. Wir sind auch stolz auf dich. Darauf kann ich nicht. Da gibt es sonst nichts anderes. Schlafen kann ich auch nicht. Das heißt, ich muss noch irgendwie etwas finden. Dann gehe ich also nochmals zum Metzzimmer. Äh, zum Metzzimmer. Zum Metzwohnung. U-Bahn. Manchmal kann ein einzelner Gegend schon immer mehrfach aus verschiedenen Objekten kombiniert werden. Obwohl, wir haben noch ein paar Aufgaben eigentlich. Wir müssen noch das Buch kriegen. Verschlossen. Verschlossen. Hey, wo wollen Sie hin? Äh, was geht Sie das an? Die Polizei hat hier schon alles abgesucht. Hier werden Sie nichts finden. Warum glauben Sie, dass ich deswegen hier bin? Ich wollte nur schnell was klauen. Etwas stehlen? Ich dachte, Sie waren sein bester Freund. Na ja, ich glaube, das stört Ihnen nicht, wenn man die Umstände bedenkt. Sie sind abstoßend? Ja, das höre ich in letzter Zeit öfter. Hm. Oh, vielleicht wenn die jetzt nicht mehr da sind, können wir da endlich die ganzen Sachen nehmen. Ja, sieht das übel aus. Ich will die Magnete haben. Ich will der Versuchung widerstehen. Nein, nimm es. Ich meine, den hier. Nein, warum? Warum? Öffnen. Den fasse ich lieber nicht an. Ofen. Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Okay. Da scheint was drin zu sein. Vermutlich was Wertvolles. Aber die Schublade klemmt. Haben wir irgendetwas, um das aufzubrechen? Vielleicht ein Stück Draht. Das macht keinen Sinn. Warum? Für mich schon. Aber vielleicht habe ich so ein verquertes Denken. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Hinhaut. Haha. Kaffeebecher. Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. Okay. Okay. Wann ich nicht. Ist von außen verschlossen. Welcher Klappspaten hat sich denn den Mist ausgedacht? Ich möchte einbrechen möchten. Rattengift. Uh. Entweder die Zutat für das Getränk oder für die Vögel. Kurz los. Das Ding ist schon lange hinüber. Okay. Sonst sehe ich gerade hier nichts mehr. Ah, wir haben Beute gemacht. So. Hochwertiges Rattengift. In Flüssigform. Eine Streichholzschachtel. Fast leer. Nein. Der Mais würde das Rattengift nicht einfach so aufsaugen. Nicht einfach so aufsaugen. Okay. Das heißt, in dem Fall für das Getränk. Ah, wo bist du? Platon Slave. Hab keine Bedenken, irgendwelche Ideen auszuprobieren, die dir so einfallen. Selbst wenn sie verrückt erscheinen. Denk daran, du kannst nicht schon nicht sterben. Jaja, aber die ganze Zeit sagen, ich glaube, du musst eine Pause machen. Du bist verrückt. Okay. Wo ist unser Rattengift? Ja, für den extra fruchtigen Geschmack. Mehr fällt mir nicht ein, was ich da reintun könnte. Vorsicht beim Trinken. Okay. Das ist der, den er mag. Na toll, aber jetzt ist alles kaputt. Also alles nur, um hier die Sachen zu nehmen? Okay. Nee, ich hasse Bund. Hm. Okay, das ist alles also nur, um das zu kriegen? Na toll. Das ist keine gute Idee. Ich dachte eigentlich, das irgendwie einfärmen. Na, was haben wir? Hier so vielleicht? Steht nicht auf meiner... Steht nicht auf meiner Abschlussliste. Steht nicht auf... Nein, der Mais würde das Rattengift nicht einfach so aufsaugen. Nicht einfach so. Das heißt, wir müssen irgendetwas dazu mischen. Wir haben ja schon alles mit dem getestet. Lieber nicht. Ich denke nicht, dass das klappt. Okay. Immerhin haben wir jetzt eine Billardkugel. Ich weiß nicht, wieso, aber... Ich habe erledigt, was Sie wollen. Können wir dem jetzt irgendwie eine Billardkugel anwerfen? Nein. Warum nicht? Okay, das Einzige, was ich jetzt noch weiß, wäre Mels Shop. Alle anderen nur die Verursachter, aufgenommenen Gegenstandsverschätten, werden in der nächsten Episode nicht zurückziehen. Denkt daran, wissen wir auch schon. Ich möchte wirklich hier gerne einen Kaugel. Da braucht man wohl eine Münze. Haben wir immer noch keine Münze? Hm, 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 hm. Können wir nicht einfach mit dem Draht herumstochern? Ich werde sicher keinen Kaugummi-Automaten kaputt machen. Aha, alles, aber das nicht. Also, passt oder passt? Nein, was immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Auf keinen Fall. Ich habe nicht mehr viele und die will ich behalten. Okay, wir haben auch kein Feuermelder oder irgendetwas. Das können wir das Problem damit in den Griff kriegen. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Was könnte ich da machen, genau? Oh. Können wir jetzt irgendwie die Kanone reinpacken? Also, passt, ich glaube nicht, dass ich so ein zufriedenstellendes Maß an Zerstörung erreiche. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Ich brauche mehr Wurst. Okay, die Idee ist schon mal nicht schlecht, wenn ich darüber gehe. Ich glaube nicht, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Hey, dann mach ich doch alles dreckig. Ich wollte jetzt eigentlich, dass du das so machst, dann sollte es explodieren. Aber in dem Fall nicht. Ich probiere mal, das so reinzupacken. Ich glaube nicht, dass das... Was immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Das muss etwas mit Wumms sein. Was haben wir mit Wumms? Klebstoff? Brennklebstoff? Das muss nicht. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Können wir das verstärken? Ich... Aja, ja, 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 ja. Es gibt keinen Grund. Es ist so weit, wie du sagst. Wie ein Baby-Po-Po. Das ist kein... Okay, das alleine zu wenig Wumms. Ich denke nicht, dass das passt oder passt nicht. Was immer. Das haben wir auch schon gemacht. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Das muss ich geklebt... Ich möchte irgendwie... Die Kanone. Können die so nehmen? Okay, weil ich möchte die Fahne... Oh, das ist auch ein Ring. Ein Ring, ein Ruin. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Wala, 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 wala. Wala, 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 wala. So, meine Idee ist gerade so in Wien. Ich hoffe, es ist so weit, wie du sagst. Wie ein Baby-Po-Po. Okay. Haben wir sonst noch irgendwie eine Batterie oder irgendetwas? Hier ist zu viel Zeug, ich wüsste... Also, passt doch. Okay, zu viel Zeug, also. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Ich kann gar nicht rumlaufen, du paar Geister umnieten. Was? Nein, nein, nein. Ah, Müll, Mülluhr, Gaslasche. Damit könnten wir doch etwas machen. Bist du sicher, dass du das Problem damit in den Griff kriegst? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Weil dann könnte ich nämlich hier das mit dem verbinden. Und könnte dadurch ein Feuer machen. Und es könnte explodieren. Ich hoffe, es ist so weit, wie du sagst. Wie ein Baby-Po-Po. Okay. Das war nicht das, was ich unbedingt wollte. Aber... Das ist keine gute Idee. Also, passt oder passt nicht? Passt mal. Warum ist das keine gute Idee? Habe ich es richtig? Leere Flasche. Okay. Eine leere Flasche. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Also, was müssten wir da machen, denn zum Besten? Irgendwie Wasser oder irgendwer hat das? Ich... Warum bringt das nichts? Also, passt oder passt nicht? Passt. Einen Flasche bleibt hier. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Hm. Was könnte ich da bloß machen? Sinnlos kombinieren tue ich ja schon. Bist du sicher, dass wir das Problem damit haben? In den Griff kriegen. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Oh, das können wir vielleicht... Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit einer Pause vom Spiel? Warum die Sprungfeder für mehr Bums? Nicht die ja mit der Kanone benutze. Wo ist eigentlich nicht unser Kopf? Okay, dann probiere ich nochmals oben hinzugehen. Also, zu den Tauben. Manchmal kann man Gegenstände kombinieren und täter durch neue Gegenstände. Immer daran denken. Ja, wir denken daran. Oh, das funktioniert nicht so, wie ich möchte. Das klappt nicht. Das Gift ist flüssig. Das heißt, wir müssen es trocken machen. Aber wie trocknet man Gift? Also, da bin ich auf dem richtigen Weg. Dabei fehlt noch eine Zutat. Steht nicht. Nein. Warum nicht? Blödsinn. Tada. Kann ich hier noch irgendwie rüber gehen? Ne, kann ich nicht. Ich muss irgendwie etwas vergessen haben. Ich finde es schade, dass wir das Getränk nicht mehr holen können. Okay, wohin wollen wir? Da waren wir schon. Können wir hier gehen? Da ist ja Wasser. Vielleicht können wir das erhitzen. Erkunde deine Begegnung. Eine quasi-versteckte Gegenstände. Okay, da können wir momentan nicht mehr rein. Können wir aber da rein. Können wir auch nicht. Nein, bin ich rocker. Okay, das brauchen wir auch. Hm, 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 hm. Irgendetwas müssen wir doch machen können. Vielleicht die Kohle. Was immer. Was glaubst du? Okay, vielleicht. Ich weiß gerade wirklich nicht. Ich werde mal probieren, schlafen zu gehen. Es ist dann nur sinnlos, umherzugucken zu gehen. Reynolds Wohnung. Interagiere mit deiner Umwelt. Manchmal gibt es Genstände, die man nicht mitnehmen kann. Aber wenn man draufdrückt, sie ein- oder abschalten und so weiter. Ja, das haben wir herausgefunden. Jetzt zum Beispiel Feuer. Na los. Diese teuflische Erfindung. Ich will doch nur schlafen gehen. Was haben wir da sonst noch gekriegt? Eine Billiarkugel. Rattengift. Schminkertwee. Gerade nichts, was ich irgendwie weiter müsste. Ein Joshi's Ei. Okay. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich noch machen könnte. Ich werde mal die ganzen Räume auf Screen weitersuchen. Ob ich vielleicht irgendwie etwas verloren habe. Oder vergessen habe. Wer darf ja auch mal kurz abspeichern. Zack. Und ich melde mich dann gleich wieder zurück. Wenn es wieder heißt, mehr Spaß mit Randal. Also, bis gleich. Macht's gut. Und tabeleb's hoch.